Heyo, hier ist Ronja und wir spielen heute eine Ostermap zusammen mit der Easy Cheesy. Und die rennt hier gerade weg, aus Gründen. Wahrscheinlich, weil sie schon weiß, dass sie in den ganzen Minispielen gegen mich verlieren wird. Ich hab gerade hinter mich geguckt die ganze Zeit. Ich dachte, du wärst da irgendwo. Die Augen ausgewechselt. Was geht? Hi! Wir sind hier. Erstmal frohe Ostern, Ronja. Frohe Ostern. Ich weiß nicht, ob ich das an Ostern hochlade, aber falls ja, dann frohe Ostern auch an die Zuschauer. Aber Ostern ist eh so eine Sache, das geht ja mehrere Tage. Oh, ich bin so gespannt. Okay, pass auf. Ich mach einen Ostertanz für dich! Oh, ja, juhu. Zum Glück macht die Easy einen Ostertanz für uns. Ich freu mich ja so. Yeah, voll cool. Ich war noch nie so verglichen. Wir haben uns übrigens gerade gekloppt. Ronja und ich haben uns gerade gekloppt, wer diese Map hier zuerst aufnehmen kann. Ich hab das erste Mal gewonnen. Ich krieg meinen ersten Punkt hier in Revitant. Revitant. Oder frei übersetzt Hasenjagd. Go to game, Lobby. Okay. Oh mein Gott. Warte, wie fangen wir die? Oh nein, die hüpfen ja die ganze Zeit. Oh Gott, aber hier ist ein Goldner. Hier ist ein Goldner. Easy. Ich hab auch einen Goldner. Warte, wohin mit dem Goldner? Ach, ich hab einen. Kommt der in dein Inventar? Er kann, er kann, was? Er kann jeder Mutter gegeben werden. Ach, stimmt. Ich muss es zu der Mutter bringen. Ah, grüne Hase. Nein, jetzt muss ich das zu einer grünen Mutti geben. Gibst du? Ah, mit Rechtsklick. Okay. Ich hab das Spiel so verstanden. Ich bin voll. Oh mein Gott, die sind so schnell, Ronja. Ich bin so gut. Ein Punkt. Ah, Mist. Ich kann nichts machen. Ich nehme nur die goldenen Hasen. Nein, hör auf. Hast du schon wieder einen goldenen erwischt? Nein, ich will den goldenen. Nein, nein, nein. Ja. Ich hatte schon einen. Weiter. Nein. Warte, wo ist der gelbe? Hier ist der gelbe. Da sind mal mehr goldene Hasen. Der gelbe gibt auch noch einen. Kommt her. Nein, 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 nein. Mist. Hier. Wieder den falschen. Ah, die hüpfen. Aber guck mal, wie süß die aussehen, wenn du den in der Hand hast. Gib mir Gold. Das ist schon wieder hellblau. Dich will ich nicht. Nein, Ronja, guck dir wirklich mal an, wie süß die sind. Oh mein Gott. Das ist hier Schiebung. Nein, die sind total niedlich, wie die rumhüpfen. Ja, die sind auch so süß. Vor allem, dass man sie boxen muss. Ja. Um sie zu den Eltern zu bringen. Die wollen halt nicht draußen rumhüpfen. Es ist ja wohl... Es kommt her. Hier, du. Ja, das ist jetzt Schlafenszeit. Okay, dann muss man wieder zurück in Pause gehen. Okay, okay, okay. Wie viele goldene hast du? Green. Hier ist ein Wälder. Äh, zwei oder so habe ich. Okay, ich auch. Die sind so niedlich. Violet. Die sind total süß. Und wenn du... Guck dir mal an, wie die in deiner Hand aussehen, wenn du die in der Hand hast. Ja, ja, die machen so... Dings. Mit den Ohren. Wackeln. Mit ihren Armen und ihren Ohren. Sehr niedlich. Ja, ich weiß. Ich habe mich direkt schon auf Freunde gesehen. Mann, ich kriege die nicht. Der ist so schnell. Wo ist der gelbe? Da hinten ist der gelbe. Du brauchst auch goldene. Ja, ich... Ja, auch. Aber ich nehme ja, was ich kriegen kann. Weißt du, was du kriegen kannst? Ich nehme nicht nur die goldene. Ich wünschte, ich könnte nur die goldene haben, aber... Das Leben ist kein Zuckerschlecken. So, hier. Das ist wahr. Und auch kein Ponyhof. Auch kein Ponyhof. Es ist ein Hasenhof. Ah, ich habe schon eine. Komm her! So, zack. Orange, komm her! Es ist immer ganz klug, die zu... Bei den Müttern zu suchen, weißt du? Ja, ja, damit du direkt... Ja. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich bin auf deiner Seite. Mann, die sind aber so schnell! Ich will noch einen goldenen hier. Die wuseln so durcheinander. Es ist eine reine Wuselei hier. Komm her! Es ist unfassbar, wie schnell die sind. Hast du... Koppel! Hier, das ist ein Rotang. Hattest du eigentlich mal Hasen? Ja. Tatsächlich schon. Aber, also einen. Mein Bruder hatte auch mal einen, aber der hat meinem alles weggefressen. Deswegen mussten wir den weggeben. Oh nein! Warte, ist der verhungert? Nee, aber meiner wurde sehr dünn. Oh nein, er hat es weggebracht. Der von meinem Bruder wurde sehr dick. Und dann haben wir den von meinem Bruder quasi weggegeben. Der eine hat sich verbrannt. Was, du führst voll! Nein, das ist überhaupt nicht gut. Ich will noch einen goldenen. Ich führe? Ja, rechts ist go. Oh, mit 27. Ja, schsch, 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 schsch. Oh, Ronja, da wäre ich jetzt mal. Ja. Ja. Ich bin beeindruckt von mir. Manchmal muss man auch einfach... Mann, ich kriege die Hasen nicht, Ronja, die sind so schnell. Ja, beschwer dich nicht. Du hast 27 Punkte, die du angebe. Ja, du hast auch voll. 29 jetzt schon. Sauerei. Ja. Sauerei. Mann, komm doch mal her hier. Also, meine Theorie... Easy, Cheap. Meine Theorie ist ja, dass du schummelst. Okay, klar. Das ist deine einzige Ausrede, die du hast. Okay, okay, ein Punkt hast du dir ergaunert. Okay, weil wir jetzt hier keine Eier dekorieren können, haben wir uns gedacht, wir sammeln Eier. Ja, das klassische Ostereier sammeln. Und zwar... Warte mal, was? Wenn wir Eier finden, dann zum Osterhasen bringen. Okay, ich habe hier direkt ein Ei gefunden. Bam. Wie viel Platz hat man in seinem Körbchen? Kann ich da mehrere Eier reintun? Ja. Äh, ja, kannst du. Ich glaube schon. Ich habe auch voll viele Eier. Oh, da ist auch eins. Das heißt, wir sammeln jetzt einfach Ostereier, oder was? Wir sammeln... Okay, ah, mein Korb ist voll. Jetzt muss ich zum Osterhasen zurück. I see. Wie viele passen rein? Fünf. Fünf. Frage ist nur, wo ist der Osterader? Vorne ist der Osterhase. Ha. Aha. Das Spiel gewinne ich sowas von. Das Spiel gewinne ich sowas von. Ja, ihr habt hier zuerst gehört. Hinter dir. Nee. Fünf. Uh. Okay, jetzt mal vorsichtig. Gibt es hier auch sowas wie Goldene Eier? Ich denke mal, ja, oder? Stimmt. Goldene Eier. Ja, halt so Bonus-Eier, die besonders eiertastisch sind. Oder... Und zack, wieder was weggebracht. Oh, hier sind wir wieder am Spawn. Ja, wie jetzt schon wieder was weggebracht hast? Oh, nein, nein, nein. Easy, nicht schon wieder. Die Schummel, die ich schon wieder ziehe. Ich würde mir ja die Eier am Spawn holen. Das geht nämlich am Schluss. Ja, ich würde mir ja die gecheateten Eier am Spawn holen. Und da hat die Easy auch schon fünfzig. Easy. Man, mit was für ein Hex ich das hier schon wieder mache, oder nicht, wahr? Ja, sehr richtig erkannt. Sehr richtig. Wo habe ich die denn schon wieder her? Das fragen wir uns alle. Wo hat sie die schon wieder her? Die Hex oder die Eier? Ja, genau. Lass mal eine BÜ machen. Ah, nein, als ob du da bist, wo ich hin wollte. Oh, ja. Hier, ich hing fest. So, zehn. Zwanzig hast du schon? Bist du denn komplett... Ich habe irgendeinen Spezial-Reward gekriegt. Ja, du hast doppelt so viele. Ja. Ich renne aber zu weit weg vom Hasen. Das ist, glaube ich, wirklich mein Fehler. Ja, ich aber auch. Hier sind auch keine mehr. Ah ja, warum? Wo müssen wir jetzt richtig weit schon laufen? Vielleicht hole ich noch einen auf. Weil hier jemand das Spiel geschummelt hat. Ja, genau. Du kannst wirklich noch aufholen. Da hast du recht. Aber du hast nur noch eine Minute. Ja, pff. Gar kein Problem. Eine Minute noch eine. Wenn du deine Hex ausmachen würdest, dann würde ich auch sagen, dass es so fehlt. Ja, genau. Hex activated. Kennen die das, Leute? Er hat ja auch manchmal Freunde, mit denen ihr versucht zu spielen und die schummeln einfach. Die sind einfach besser, weißt du? Die sind einfach besser. Ich habe mich verlaufen. Weißt du, was die schummelt ist? Ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Du hast mich verlaufen. Nein, jetzt ernsthaft? Jetzt bin ich wieder hier. Hier, hinter dir. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich hüpfen sehen. Ja, aber 22 Sekunden. Nein, das ist doch ein Witz. Zeit rennt weg. Halb voll. Die Zeit rennt weg vor dir. Die Zeit rennt weg. Oh Gott, ich sehe den Countdown. Hier sind keine Eier mehr. Die Isi hat die alle schon weggesammelt. Das finde ich nicht schön. Warte. Das finde ich auch voll. Ich habe noch ein Ei. Nein, schaffe ich es noch? Nein, ich schaffe es nicht mehr. Ich verteidige dich, Hase. Ich habe hier Zeit rum. Warst du schnell genug? Ich? Nein. Ach ja. Das Spiel gewinne ich sowas von. Das Spiel gewinne ich sowas von. Ich sage jetzt stets 2 zu 0. Wir haben hier doch Chicken Trown irgendwie. Okay. Keine Ahnung, was man da machen kann. Willst du das spielen? Dann will ich das spielen. Okay, selbstverständlich. Warte. Ach so, okay. Ich habe es sehr verstanden. Wir vermeiden die Wände. Wir vermeiden die Heubalen. Ah, okay. Ich verstehe es nicht. Warte, sind wir Hühner? Wir sind Hühner. Und kann ich einen Heubalen essen? Nein. Nein, die darf ich nicht essen? Die darfst du nicht essen. Ah, okay. Ah, nein. Dann bin ich raus. Dann hast du gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Ich habe nicht aufhört. Okay. Ich bin schon der Gewinner. Weißt du, du durf warst. Ich bin jetzt schneller. Nee, ich bin langsamer. Ja, dann renn am besten gegen den Heubalen. Okay, ich renne gegen den Heubalen. Aber wir alle wissen. Ja, okay. Ich habe gewonnen. Es war ja, ich glaube ich. Ich habe ein Schnelles. Ja, okay. Glückwunsch. Leider hast du trotzdem das insgesamt möglicherweise knapp gewonnen. Ich habe noch mal das Spielspielen. Knapp gewonnen. Spielst du noch eins? Nochmal noch überrasch? Ja, weiß ich nicht. Was gibt es denn hier noch? Crafting Game gibt es noch. Crafting und Rabbit Hunt. Okay, wir versuchen es mal. Wir versuchen mal. Du musst einfach nur craften. Wir craften. Ich bin talentierter Crafter. Okay. Dein erstes Item ist eine Uhr. Ich weiß nicht, wie man eine Uhr macht. Wo sehe ich das denn? Warte, ich muss eine Uhr craften. Ich brauche vier Gold, ein Redstone. Okay, vier Gold, ein Redstone. Wie finde ich vier Gold, ein Redstone? Hier draußen. Hier draußen. Warte, das muss man jetzt abbauen. Oh mein Gott, Ronja, du verstehst es so viel besser als ich, glaube ich. Ich glaube auch, oder? Ich bin voll weise. Ah, nee, hier ist... Okay, es muss irgendwo oberflächlich sein. Ah, ich kann dich angreifen. Au, 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 au. Ich suche Gold und Redstone. Die Gold und Redstone. Stopp mich nicht. Warte mal, was sind diese Säulen? Hier ist eine Mine, glaube ich. Ich habe es gefunden. Guck mal hier hinten. Ja, die habe ich natürlich direkt vor dir entdeckt und wollte dann zu der Mine da hinten gekürzt rennen, um mir Gold und Redstone abzumachen. Zwei, ein Redstone und ein Gold. Die schungelt schon wieder. Ich habe dein Gold geklaut. Ey, nein, das war mein Gold. Ich spiele mit allen Maßnahmen. Mit allen miesen Methoden, ja? So, wir brauchen vier Gold. Eins, zwei, drei. Weißt du, was ich nicht vergessen würde an deiner Stelle? Was denn? Hole. Oh, du bist so clever. Ich war schon auf dem Heimweg, erst mir das da eingefallen. Ich hätte einfach mehr Mineralien mitnehmen sollen, weil ich wusste nicht, dass man noch mehr craftet. Das war mein Fehler. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber nee, es wird jedes Mal gelöscht. Also von daher muss ich jedes Mal neu machen. Ah, der Ofen geht auch schnell. Was hatte ich gesagt? Sechs Eisen, ein Redstone? Irgendeine Redstone-Fackel hast du gesagt. Hey, das ist ja echt eine Spinne. Ja, sag ich doch. So, jetzt habe ich auch eine Uhr. Bam, bedam. Angeber. So, was haben wir noch? Oh mein Gott, die Hunde geht noch acht Minuten. Zwei Stöcke, sechs Eisen. Oh Gott, meine Katze will meine Softboxen umschmeißen. Was? Ja, die randaliert. Die hat vorhin schon versucht, da reinzuklettern. Ich weiß auch nicht, das ist so sein neues Ding. Ah, schön. Ja. Bitte, Katze, stopp den Wahnsinn. Nein. Nein, Katze, hör doch auf. Der provoziert mich. Der guckt mich so richtig herausfordernd. Katze, jetzt sag mal spinnst du. Das ist fast kürzlich. Ah! Ich habe dir was hingedroppt. Danke. Warte, wo? Ah, hier vorne. Oh, die Tür. Zum Glück habe ich nette Mitspieler. Du brauchst trotzdem noch mehr Eisen. Mehr hatte ich nicht. Ich habe, ich habe, es ist noch gut alles. Ah, okay, warte mal. Ich brauche. Wie mache ich denn eine Redstone Fackel? Ich glaube, ein Redstone und einen Stock, oder? Stock, genau. Okay, okay. Got it. Ich arbeite hier am Baum. Aber ich bin auch richtig, richtig irritiert. Ah, ich habe eine. Du hast schon eine? Ja, nice. Ja, ich habe eine. Jetzt muss ich eine Karte machen. Oh Gott. Da braucht man einen Kompass für. Das Spiel stresst mich so. Es ist aber auch, guck mal, wir haben sechs Minuten Zeit, ja. Das ist viel zu... Oh Gott. Äh, warte hier. Ich brauche erst... Mache ich denn einen Kompass? Also ich brauche Papier, okay. Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe früher nie nochmal Minecraft selber für mich gespielt. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie man irgendwas craftet. Das ist so ein bisschen mein... Das ist natürlich ein kleiner Nachteil, ne? Kleiner? Ja, und ein ziemlich großer. Ja, ich glaube, so Karten und so Sachen. Warte, muss ich jetzt eine Karte oder... Aber ich habe auch noch nie gewusst, dass man eine Uhr selber machen kann. Also das war einfach immer so eine Sache von, die gibt es. Aber, ne? Ja. Ja. Aber ja. Und man weiß nicht wie. Der muss bestimmt auch irgendwas mit den Tieren nachher. Oder irgendeine Suppe oder sowas muss man bestimmt machen. Ich sehe... Hallo, Ronja! Hallo, Ronja! Hallo, Ronja! Ich finde es gut, dass die Mineralien wieder refreshen nach einer Zeit. Okay, ich glaube, ich habe genug Eisen. Das ist ziemlich gut programmiert, ja. Ähm, vier. Ne, ich brauche noch einen. Ein. Da haut mich wer. Ah, die Spinne. Geh weg, Spinne. Ich dachte, es ist was zu tun. Nein, ich habe was vergessen! Geht weg, ihr Spinnen! Bringst du mir die Kohle mit? Ich kann dir die Kohle mitbringen, ja. Bringst du mir die Kohle mit? Ah, ich hänge schon wieder. Spinnen! Oh, mein Gott. Na! Soll ich dir helfen? Die spinnen nicht? Nein, die wollen... Die schubsen mich und wollen mir mein Eisen wegnehmen. Mach sie doch kalt! Du sie doch kalt. Ja, mache ich auch. Ja. Okay. Meine Rüsteeier-Lebensanzeige geht runter. Ja, aber nicht viel. Die Spinnen sind nicht sehr stark. Ja, man hat ja auch volle Eisenrüstung. Das ist richtig. Das ist wahr. Okay. Ich brauche jetzt trotzdem noch eine Kohle. Ich werfe dir hier trotzdem eine Kohle vor dein Haus. Ich danke dir! Und dann arbeite ich hier an meiner Eisenproduktion, damit ich mal mein zweites Item auch mal fertig kriege nach ungefähr zwei Jahren. So! Ich glaube, die Zuschauer denken sich so, nein! Was machen die beiden da? Die sind doch vollkommen wahnsinnig. So! Es wird nichts. Da haben wir die Schienen. Zack! Nächstes Item. Karte. Was brauche ich dafür? Fünf... Ne, neun... Was? Aber ich kann nicht zählen. Achtmal Papier und ein Kompass. Den Kompass... Den gehen wir an, wenn es soweit ist. Ne? Der Kompass habe ich gerade rausgefunden. Der geht, äh... Du brauchst vier Eisen und einen Redstone. Vier Eisen und einen Redstone. Okay. Ja. Ja. Geht das wieder los? Einen und einen Redstone. Als nächstes brauchst du denn einen Eimer. Da kannst du dir gleich Eisen mitnehmen und dir vor die Base droppen, damit du es dann später benutzen kannst. Oh, die Strats. Es sei denn natürlich, Easy kommt zuerst am Eisen an und bringt sich alles mit. Dann hast du natürlich ein Problem, wenn das so läuft. Das wäre ja sau ärgerlich, wenn sowas passieren würde. Aber ich denke mal, die Easy macht sowas nicht. Na, die Easy. Die ist ja bekannt dafür, dass sie immer so nett zu dir ist. Die ist ja ein netter Mitspieler und würde auch niemals schummeln. In Minispielen. Du bist einfach ein schlechter Verlierer. Du bist ein schlechter Schummler, weil ich dich direkt erkannt habe. Als Schummler. Direkt aufgeflogen. Warte, wir hatten direkt neben uns eine Mine gehabt, Ronja. Oh nein, wir rennen ja mal komplett über die Map. Ach, Scheiben. Nee. Ich glaube ja. Scheibenhonig. Ja. Das kann so laut sein. So, jetzt mache ich hier mal einen Eimer und da bin ich nämlich schon weit vor dir. Weil, was ich als erfahrener Minecraft-Veteran weiß, ist, dass man aus Zuckerrohr Papier macht. So. Papier. Ich weiß nicht genau, wie man es macht. Ich weiß aber, dass man Zuckerrohr braucht. Und ich meine... Ja, Papier machst du drei Zuckerrohr nebeneinander. Nebeneinander, rechts. Das ist der Geheimcode für Papier. Ah, da kommen drei Papier raus. Wie gut. Dann habe ich auch fast genug. Ich habe genug. Sehr gut. Knappe Kiste, aber ich habe genug. So, dann Eisenschmelzen. Ich habe natürlich wieder keine Kohle. Das ist ja mal unerwartet. Hast du wieder keine Kohle auf dem Konto? Naja. Naja. Warst du wieder zu viel shoppen, Ronja? Ja. Also, ich denke mal, Ronja, dieses Spiel ist jetzt schon entschieden. Ich glaube, wir brauchen die Zuschauer auch gar nicht mehr weiter damit behelligen. So, dass du mir jetzt heißen. Ich kann immer noch aufholen, Izzy. Du kannst natürlich nicht mehr. Nein. Tut mir leid, Ronja. Das wird nichts. Glaubst du nicht? Nein. Das ist easy, cheesy, cheesy one. Easy, cheesy one. Yeah. Das tut natürlich weh, aber es ist ein schnapper Sieg. Ein knappes 3 zu 1. Warte, was habe ich gewonnen? Nichts, oder? Wetten in meiner Folge. Doch, das eine, was ich nicht verstanden habe. Das Snake-Tank. Ah. Aber in meiner Folge wirst du bestimmt wieder alles gewinnen. Das denke ich auch. Ich habe mich jetzt aufgewärmt. Und dann bin ich bereit. Und dann kann ich dich in deiner Folge nämlich kaputt machen. Richtig zerschmettern. Richtig zerschmettern. Wollt ihr das sehen wollt, dann guckt jetzt gerne bei Izzy vorbei. Ansonsten abonniert gerne unsere beiden Kanäle. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.